Das neue Gebäude hat 25 Stockwerke. Gestern haben wir einen Vogel gefangen. Meine Erkältung wird jeden Tag schlimmer. Meine Erkältung wird jeden Tag schlimmer. Meine Nase ist eiskalt. Meine Nase ist eiskalt. Meine Nase ist eiskalt. Meine Nase ist eiskalt. Ich möchte dich gerne um Rat bitten. 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 Diese Zeitschrift habe ich noch nie gelesen. 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 Es gibt viele Läden in unserer Stadt. 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 die Zeitscheinchen sind für viele Läden in unserer Stadt. Die Toilette für Damen ist dort drüben. Die Toilette für Damen ist dort drüben. Die Toilette für Damen ist dort drüben. Dieser Stein hat eine seltsame Farbe. Dieser Stein hat eine seltsame Farbe. Dieser Stein hat eine seltsame Farbe. Die Suche nach dem Schatz geht weiter. Die Suche nach dem Schatz geht weiter. Die Suche nach dem Schatz geht weiter. Die Kirche ist neben der Bäckerei. Die Kirche ist neben der Bäckerei. Die Kirche ist neben der Bäckerei. Dort drüben schwimmt ein Fisch. 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 Er muss sofort nach Hause gehen. Er muss sofort nach Hause gehen. Er muss sofort nach Hause gehen. Ich danke dir fürs Helfen. Ich danke dir fürs Helfen. Wo hast du diesen tollen Pullover gekauft? 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 Wie hast du diesen tollen Pullover gekauft? Vielen Dank.